und somit servus gut und hallo ums hier mal wieder am start neuer part uncharted und wir sind weiter in den höhlen und auf den spuren von shoreline sozusagen und ich glaube ich muss da runter ok da ist die tür jetzt wird es noch mal die andere richtung weil hello hey so i guess this loops around guess so jesus this was one of avery's guys dad man tell no tales excuse me Hallo. Ein bisschen wie ein Schlüssel. Was ist die Note? Oh, genau. Es ist, äh, von 2 zu 2. Leutnant Barton, Avery bereitet in diesem Moment seine Fulltour. Das ist gut. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um in den Flucht abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln, mit dem Schatz in unserem Besitz und dem Wind in unseren Segeln. Und mit der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück. Captain Thomas Toe. Es gibt ein paar Symbols auf dem Hintergrund. Na, gehen wir holen einen Schlüssel. Oh, shit. Oh, crap. Oh, crap. Oh, Gott. Hey! Okay, das war jetzt mal ein bisschen zu viel. Oh, crap. Hm. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Ok, das sollte aber die richtige Richtung sein. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Hm. 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 Oh, crap. Hm. Hm. Also das untere könnte das hier sein. Das müsste aber dann das Eck da hinten sein. Oh, crap. Ah, I'm okay. Hey! Crap. Oh, crap. I'm okay. Okay. Ah! 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 Huh! Ah! Ah! Uh! Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Thank you. YOLO! Huh, not quite as creepy as all the hanging bones. Still, it's a little creepy. Yeah, maybe three out of ten, though. I'd say four. Really, four? Mm-hmm. Oh, my ears just popped. Yeah, we're definitely descending. Okay, it's another death trap. Yeah, no footprints to guide us. Ah, but okay. Okay. Ah, yeah. Wieder zumachen. Ganz gut. Sehr cool, Kumpst. Äh, umdrehen. Umdrehen, umdrehen. Okay. Okay, das ist das Ding hier. Ha, two showed his men how to get past the traps. So, so, aber da ist der einzige Sicherheit oben links. Okay? Ah, okay. Okay, 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 okay. Das ist ein anderes Symbol. Okay, das sind die unteren. Oh, aber das ist so, okay. Das heißt, der hier müsste frei sein. Nee, da müsste es eigentlich runtergehen. Okay, drüberspringen geht nicht. Weg, da. Weg, da. Weg, da. Weg, da. Weg, da. Okay, gucken wir mal hier drüben, der Totenkopf. Okay, das war, äh, ich hätte die andere Seite nehmen sollen. Okay. Okay. Okay, we're off to a good start. Follow my lead, okay? Just be careful. I'm always careful. Says the guy who set off every mummy bomb in this place. Well, no, not a lot of experience with the mummy bombs. Thank you. So far, so good. Yeah, knock on wood. Better not. It might be rigged. Yeah. Okay. Okay. So, so geht's der Kopf hier. Yep. Genau, das hier ist, äh. Oh, Gott, are those the rest of Two's men? Yeah, gotta be. We know Avery likes to make an example of his enemies. He definitely likes making exploding mummies. Yeah. Let's, uh, tread carefully in here. Okay, die sind alle nicht hochgekommen. Keyhole? Key. Wait, it could be a trap. We really don't have much of a choice. Oh, boy. But I have a good feeling about this one. Huh? Do it. Okay. 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 You see? Well, at least we didn't get along to bits. Oh, shit. You didn't bring a knife by any chance, did you? No. Oh, but that guy's got a sword. Here, help me swing this thing. Ah, goddammit. Nate? Come on. Got it! Go, go, go. Oh, shit. Don't look back, just run. Don't stop. Whoa. Yeah. Keep running. I'm right behind you. Nate? Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Come on, get up. Thanks, Captain Avery. It's just like old times, huh? Lena? Hey, Lena. Hey, hey, Lena, come on. Lena. My hero. Oh, no, you didn't do that. No. That's not funny. Oh, you have done much worse. God, you gave me a goddamn heart attack. Oh, let me listen. Was? Das ist gut für mich. Du weißt, dass du jetzt einfach für alles, was ich immer noch ein bisschen pulled hast? Ja, wie immer. Nein, nicht mit einem langen Schuss. Oh Gott, du hast alle anderen. Stop. Ja... Hat jemand immer gesagt, dass du eine lustige Idee hast, Romantik? Ja... Ja, vielleicht habe ich das schon gehört. Good talk. Good talk. Das muss Sam sein. Komm schon. At least das Feuer bedeutet, dass er noch ist. Für jetzt. Ist das ein Galleon? Ja, das sieht gut aus. W-woah. W-woah. Holy crap. Es ist ein Schiff Graveyard. Ganz ehrlich, wie kann man sowas nicht, äh, nicht sehen? Aber irgendwie, auf irgendwelchen Satelliten oder sowas. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hoppala. Ha. Looks like we can get down this way. Ja, looks safe. Es ist genauso wie nichts auf dieser Zand. Oh, we're getting closer to them. Oh, crap. Look, that's Sam. He's surrounded. Yeah. Come on, we gotta go get him. I gotta find a way to the beach. Oh, yeah, die Abkürzung. Hey, ich bin am Stand. What? Oh, my God. Oh, my God. Cyper, get down. Ah, Mann, ey. Was zur Hölle, Mann? Was? Wow, warum? Alles klar. Oh, nach unten gehst du runter. Okay, alles klar. Das ist Schrot, Mann. Nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Oh, boy. Nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Oh jeez Yep Put this in No, 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 no. Oh, ich habe es in hier. Oh, das war so nicht geplant. Oh, das war so nicht geplant. Oh, das war so nicht geplant. Oh. 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 Oh, das war so nicht geplant. 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 Oh. Oh, das war so nicht geplant. Oh, das war so nicht geplant. Oh, das war so nicht geplant. hmm Hmm... Crap! Too close! Okay. Okay. Oh shit! Seriously! Get back! Keep going! Fuck it! Okay! Oh! Willst du mich verarschen, man? Lass du mich los! Oh! Nate! Ja, ja! Nate! Okay, war auch dumm. You gotta find a way to the beach. Nate! Find your cover! Go! Ringe, ringe, Reihe! Ah! Nice! Alles leer! Get back! They're close! Too close! Woah, 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 woah! Woah, 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 woah! Seriously? Get back! Uh... Get this way, guys! Jepers! Jepers! Mmmm... Wow, was machst du denn hier? Also, also, man kann's auch, äh, ja, das war, äh, dumm. Oh my god, Nate! Gotta find a way to the beach. Nate! Find some cover, go! No, no! I gotta find a way to the beach. Nate! Find some cover, go! Oh, 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 oh! Uuuuhhh. Also, die beiden Fett'n, das ist, äh, das steht ja mal echt nie auf. Ja, also das ist, ne. Find some cover, go! Los! Oh, frack! Oh, no! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Seriously? Get back! Nein! Ah, dieser Hurensohn! I've got to find a way to the beach. Nate! Find some cover! Go! Hey, shit! Oh, shit! I don't care about that. I've got to find a way to the beach. Nate! Find some cover! Go! 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 All right, lags up. Nein, nein, nein! 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 Nein, 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 nein! Doch, 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 genau so. Verdammte Scheiße, Mann! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, no! Get down! Seriously? Get back! Wow, shit! Fuck. 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 I'm gonna get more of that. No, 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 no! Da kommt noch einer. Really? Really? Zwei? Wollt ihr mich verarschen? Zwei? Ohne Checkpoint? Wollt ihr mich verarschen? Verdammte Scheiße. Habt ihr vielleicht auch mal dran gedacht, dass das Leute machen auf den höchsten Schwierigkeitsgrad? Anscheinend nicht. Hallo? Was? Verdammte Scheiße, Mann. Nein! Nein! Nee! Was soll man dazu jetzt noch sagen, he? We'll find our way to the beach. Hey! Lights and cover! Go! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Three, nine, you're out! Whoa, 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 whoa! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Seriously? Get back! There's no way out of it! Come on now! Oh, shit! Oh, shit! Hey, you goddamn bitch! Oh... Oh, jeez! Nope! Ah, crazy! I don't enjoy this a lot. Stop it, asshole! Coming for ya! Oh, crap! Oh, shit! Ah, it's the end of the decking! Ah, it's the end of the decking Oh, shit! Ah, don't, 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 don't! Du musst mich verarschen, Mann. Oh, Mann. Okay, da geht es schon mal auch nicht weiter. Whoa, shit! Oh! 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 Ja, 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 okay. Was? Ey, nee, nee. Das war's mit der Folge. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Würde mich um den Daumen nach oben echt freuen. Kommentare auch immer wieder gern gesehen. Und ich hoffe, man sieht es in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.